Have fun breaking you! Ah, Jesus! Also, vorher habe ich noch mit einem Xbox Support geschrieben und die Exec hätte mir vermutlich auch meine Xbox einschicken müssen. Du-du-du-du-du... Alsoarrichen Gosh, what a glorious day! Handy ... Friendly Friar ... Der einzige Geist in Home-Guzzler. Das ist, dass er die Lieblings-Frienden ist. Lieblings-Frienden. Morgen, lieb. Ich habe dein Lieblings-Frienden gemacht. Oh, ja. Oh, Herr King, von der Straße, ist weg von der Stadt ein paar Wochen. Er fragte sich, ob er seine Mail hat. Oh, und dein Freund, Pierce. Ich bin sicher, dass er eine verrückte Neu-Get-Rich-Scheme hat. Oh Gott, Pierce. Ich bin sicher, dass ich ein paar Wochen im Hintergrund von Dex verratete. Ich habe ihn nicht, aber ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich glaube, dass ich von Timmy vorgebracht habe, die Pferde. Ich habe ihn nicht gehört. Können Sie ihn, lieber? Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn nicht gehört. Ich habe ihn nicht gehört, Herr Kanzler. Ich weiß, was heute in der Welt ist. Hey, Raffi. You ready to meet the fine people of Steilport? Well, get in the car. Wait, don't I usually drive? It's your world. Go ahead. Du-du-du-du-du. Das ist echt so geil. Das ist ein Foto, mit der Kamera. oh my stars it's the president hi how are we don't use that kind of language here in steelport zombies y'all keep close i'll just be getting the f*** out of here are you okay to drop it hello hello kenzie what is this kenzie where are you finally listen to me Ah, fuck! You know, just be you! Be me? This simulation is all about normalcy. Pleasantry, order, all the things you hate. Go forth. Unleash HALF. Bats, bats, bats. Headshot. I'm up for more. The simulation is resisting, but just keep going. Fuck. I can't go in the car. By the way, I can sprint with Albe. I can sprint. What the fuck? That's right, I'm better than you. You need to do more. Bigger. Hold on, I'm sending you something. He's laughing. I'm laughing. He's laughing. He's laughing. Weeeeee. Rocket launcher. Ich bin sicher. Gib mir das Ding. Bats? Komm, mach Schatten. Warte, 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 warte. Was ist passiert, Kinzie? Burning! Burning! Alter! Super Cop. Yeehaa! Couldn't leave well enough alone, could you? You had to push and push and push. I hope you've enjoyed your last moments. Bats! There he goes. Nein. Ah, mir rett es aber ein bisschen verzögerig bis es da... I'm impressed. Where the hell are... Fuck. Oh, fuck! If you realized a prison of peace would never hold a sociopath like yourself. I'm more of a puckish rogue. Rose by any other name. Are you trying to kill me or sleep with me? Charming. See, there you go with those mixed messages again. Then I'll be perfectly clear. I am the architect of your reality. I build what I want. I destroy what I want. And your bravado means nothing. Nothing. Oh. Ah! Huh? Nuh ah! Not now! You belong to me! You belong to me! You belong to me! I'm going to place you in your new home. Try to learn again. And I'll destroy your pitiful planet. Did you have heard? My friends, each of you are guilty of crimes against the Zinn Empire. But today is your lucky day. Today, you get to be a part of a new work release program. I swear you're fealty. And I will empower you to be wardens of simulation 31. You will have one purpose. Torment the president of the United States. Beyond that, the world is yours to toy with. Ravage it. Indulge in your baseless desire. It makes no difference to me. Just leave the prisoner alive. I want them broken. Not dead. Go now. And tear their world asunder. And tear their world asunder! Yodaku is here. I love.. I love.. Hyodaku is here. I love.. Come on.. hmmm get out of my way get out of my way get 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 out of my way Ich bin nicht verletzt, jetzt raus! Ich kann das nicht, bis ich zurückgebrachte deinen Begründeten zu deinem physischen Körper. Du bist, du bist hier. Du bist, du bist. Du bist, du bist ein Freund, du bist ein Freund. Jesus Christ. Schau, wo ist die größte Begründung? Du bist GPS aus der Begründung in deinem Hub. Es ist ein Digitalfe informationpad. Du bist, die mobile-vergültige Geräte sind für die drei Tage. Ja, aber das weiss ich doch nicht mehr mit dem Gate! Oh fuck, falsch richtig, falsch richtig! Ja, sorry, 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 I'm so sorry! Fuck! Jetzt habe ich da Radio gehabt. Mal Radio, jetzt aber auch. Es gibt dem Fall noch einen Dings. Die Upstep Gun, oder ist das in dem alten... Nein, das war in dem da hier. Ich greife auf das Hubmenü zu. Couch. Karte! Das ist meine Momente, ehrlich gesagt, noch nicht gleich. Ich habe mich nicht mehr in die Zinn gekauft, nicht wahr? Ich wurde mich in den Zinn-Klose. Das ist meine Momente. Das ist auch ein Fremdräger. Ich habe mich in deine Zinn-Klose. Ich habe mich in die Zinn-Klose. Ich habe mich in die Zinn-Klose. Ich habe mich in die Zinn-Klose. If I was wearing that, I'd be asking you to shoot me in the head. Hahahaha Jaa, siehst du auch gesagt, ja weisst du, dass es wird... Oooo, Angulants. Meins, get out of my car. You're enjoying this, aren't you? Just a little. Ich weiss es doch nicht. 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 Warum? Ich dachte, dass wir uns bei Ultor erneut haben, vielleicht haben wir es sich auch auf, wenn es ein Angelegenheiten ist. Vielleicht eine große Angelegenheit ist. Vielleicht eine große Angelegenheit. Sei du wirklich? Ich könnte noch mehr Stripper-Polls in den Hohen. Ist es nicht wirklich wirklich? Ich könnte noch mehr Stripper-Polls in den Hohen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dich remember planen wie für Sie selbst nie das? Oder sei denn Präsident, zu dir riesig für Sie gut? Ich weiß nicht. Dann hat sofort die家en valt zitten. und dann kommt die Röhmat. Bye, Ghertz. Based Point auf über demos hoch. Definition ist die Röhmat.